Mit seiner unverwechselbaren Form hat der VW Käfer nicht nur die Welt des Automobils erobert, sondern er wurde sogar zu einer Ikone der Popkultur. Bei Volkswagen steht das Programm im Namen. Wagen für das Volk. So wurden sie auch gebaut, einfach, praktisch und für den Arbeiter erschwinglich. Während der ersten drei Jahrzehnte war das einzige Modell, das VW herstellte, unter dem Namen Typ 1 bekannt. Erst 1967 wurde der Typ 1 offiziell in Käfer umbenannt. Die Babyboomer-Generation verliebte sich in den Käfer, der sich einfach reparieren ließ und immer zuverlässig war. Er war so praktisch und klein, dass er seinem Fahrer das Image eines Individualisten verlieh, der sich gegen den vorherrschenden Materialismus auflehnt. Doch natürlich war der Käfer nicht nur bei den Blumenkindern beliebt. Mit über 21 Millionen Käfern hat Volkswagen mehr Autos eines einzigen Modells produziert als jeder andere Hersteller. Ein Beispiel Harald Gardner Hallo! Danke für alles.